Hallihallo und willkommen bei Fortress Crafter Wolf mit Anduin und meiner Wenigkeit der Tibra. So ist es, Anduin in der Tiefe, ich in duftiger Höhe ist es nicht. Ja, das Kupferlager ist dran. Kupferbarrenlager, so. Mhm, ich habe gerade noch einmal Titanium aufgenommen. Ich werde nach deinem Vorbild, das du beim Zinn gemacht hast, werde ich das jetzt weiter nach oben bauen. Ja, weil dann hat man da dazwischen was, wo man jederzeit ein paar Bahnen rausnehmen kann, vor allem für jetzt. Später werden wir es ja nicht mehr so brauchen. So, jetzt ziehen wir da bei dem Nickel. Wobei, die Storage-Hopfer, ganz bei der Produktion für die Bahn lasse ich noch weg. Das leite erst eins später nach oben, damit du die Öfen noch draufsetzen kannst. Da sind ja erst zwei Öfen. Weißt du, wie ich meine? Oder bleiben das nur zwei? Nein, es sollen dann einmal überall, so wie beim Zinn, halt so viel stehen. Ja, und dann haben wir halt dann das Storage-Hopper dazu, wenn die Öfen da sind, würde ich sagen. Ja, man braucht ja nur die Power-Storages nebenbei wegnehmen. Stimmt auch. Und dann reinsetzen. Das kannst du fertig aufbauen. Okay. Das ist behindert einer nicht. Gut. Die Power-Storages stehen ja frei, von der Seite. Also die Power-Storages kommt mir hin. Ja, die steht frei. Ja, dann die nimmt man weg. Okay. Baut sie mit einem Provisorium drauf. Dann stellt die wieder hin. Das war das Falsche. So, jetzt kommt da wieder ein Power drauf. So, dann warten wir jetzt noch ein bisschen. Dann nehmen wir jetzt eine Woche mal raus. Mhm. Schauen wir mal, wieviel Nickel das wir schon haben. 2800, ja. 2800, ja. So, dann... Hopp. 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 Jetzt wird's voll oder sind wir da. Gut. Und rauf geht's wieder. Hopp. 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 So, beim Aufstieg werden wir jetzt kurz in der Kälte kamen vorbeischauen, beim Crystal Deposit. Das sollte jetzt auch voll sein. Ja, warum das vorhin nicht gestartet hat, war dann auch relativ schnell klar. Vergessen, den Bohrkopf reinzugeben. Ein Crystal Deposit brauchte er zwingend einen Bohrkopf. Ich habe einen Fehler im Aufbau entdeckt. Aber das ist ganz was Geringfügiges. Wo, beim 10 oder wo? Ja, da ist Gott sei Dank der oberste Hopper leer gewesen. Sonst hätte das darüber liegende Rohr die Bahn entnommen und weiter geschippert. Bei mir ist das gerade beim Kupfer passiert. Das ist das darüber liegende Rohr? Ja, das ist Kohlerrohr für die Energieversorgung. Da grenzt der Hopper? Ja, den habe ich jetzt weggenommen. Okay, ja. Das heißt, den obersten Ofen können wir rausnehmen. Oder sollten wir rausnehmen. Ja, dann gleich entfernen. Ja. Dass da nichts passiert, sozusagen. Aber ich glaube, es wird trotzdem ganz gut laufen. Wir können ja dann nach oben gehen. Crystal Deposit. Ah, was ich zusammenbohren hätte. Schauen wir mal, ob wir da zum Bohrer hinkommen. Ja. 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 10,264 hat er noch. Mhm. So. So. Und das geht. Passt. So. Ja. Das ist okay. Gut. Und damit geht's ab nach oben. Hm. Hm. So. Da. Ich kann nicht wissen. Wo ist denn? Ist schon wieder alles leer. Wo? Hm. Lithium und Gold. So. Nickel kommt da rein. So. So. Das hole ich aber jetzt nicht mehr auf, weil das wird jetzt sowieso abgeschlossen. Okay. Warum ist das jetzt da nicht? Ich kann Adenom vergessen. Na gut, macht ja nix. So, jetzt habe ich es. So, die Tarnien ist auch drinnen. Da kann man den Kläfen halten, ein bisschen im Flug nachvollziehen. Fingern weg. Einfach die Babs brauche ich jetzt wirklich lassen. Ich meine, wollen wir ja alle vier jetzt hier raufbringen. Ja. So, dann habe ich hier und hier. Hier und das da. Okay. Und raufkommen. So, Leal. Dann. Ja. Lithium und Gold. Da sind sie ja schon angehängt. Da sind wir weg zum allgemeinen Verständnis. Angehängt. Da steht aber sogar schon Nickel begonnen zu bauen. Das können wir ja gleich weitermachen. Damit wir da hier oben dann schon einmal fertig sind mit den Tellen. So. Irgendwo fehlt mir da jetzt noch was. Ähm. Ein Rohr. Ich habe es nicht so mit Rohren. Das geht rauf und drüber, rüber, 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 rüber. Das. Ah, da fehlt eine Verbindung. Da. Filter die praktische Erfahrung mit Rohren, oder? Mit Rohrverlegung, ja. Okay. Kann ich da da irgendwie helfen? Ähm. Nein. Denke nicht. Okay. Ah, jetzt fällt er wieder runter. So, genau. Das fehlt. Rutt, rutt, rutt. Na, bitte. Und schon flutscht es. Oh, da ist ein Loch. Da fallen die Bahnen jetzt raus, oder? Nein. Da ist ein Loch im Glasdach. Oh, ich habe es schon repariert. So, und da. So. Und da. Und da. So. Und da. Und da. Und da. Na, passt. Ich habe es. Bravo. Jetzt brauche ich es nur noch nach unten leiten. Genau. Das nehme ich noch weg. Alter. Ja. Ich bin schon unter 1000. Ich bin auf 546. Mach da nichts draus. So, und da. Sollte. Das jetzt so funktionieren. Nee. Gut. Ja, dann haben wir jetzt bis zu Titanium. Alle Erdze. Mal da. Soweit. Wo ist da? Ähm. Heroben. Im Erdgeschoss. Hol. Sind jetzt da mal die. Ich bin gerade, äh. Dass ich Kupfer ins Lager bringe. Okay. Also die Barm. So. Dann haben wir da eine Kohle. Das schauen wir uns jetzt später noch an. Da müssen wir nur die Anreicher und weiter ausbauen. Dann haben wir da Zinn. Zinn ist ja schon fertig. Das wird ja schon geliefert. Mhm. Kupfer wird geliefert. Und Eisen auch. Ich hab da gerade irgendwie einen Knick in der Optik. Das heißt, wir müssen daher zum Lithium. Lithium. Ja. Für Lithium haben wir da auch schon begonnen. Entweder die Tiber oder ich. Irgendwer hat da schon etwas aufgestellt. Eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit. Sehr merkwürdig. Warum merkwürdig? Passt es nicht? Oder wie? Ja. Überleg gerade. Warum das da so ein Knick hat. Warum meint das ein Knick? Okay. Warum muss das mal ein bisschen laut gehen? Tut es nicht, dass das mal ein bisschen laut ist. Wie eine Nerde. Mhm. So. Was sind die drei abstand, oder? Oder ist das? Ah, das stimmt doch nicht. Ja, aber es fließt, oder? Nein, da hat es was. Irgendwas passt ja nicht. Polizium. Von da? Hm. Jetzt muss ich noch einmal raufschauen zur Kohle. Ah, ok. Mit zweier Abstand. Mit zweier Abstand. Achso, weil die Wand. und dann 2 ergeben wieder die 3er-Kombination. Am meisten werden Sie jetzt fragen, was hat er? Genau. Was ist mit ihm? Nein, aber wir haben so diesen 3er-Tick in dem Spiel. Er wird uns unheimlich. Ja, genau. Also vom Mittelpunkt die Mittel an 3er praktisch, wo diese Leser darunter geben und dann immer in 3er-Gruppen geht es immer weiter. Das heißt, das wären dann die nächsten 3er, das sind die nächsten 3er, das sind wieder 3er, dann kommt die Wand und 2 ergibt wieder eine 3er-Gruppe und dann haben wir da 2 frei. Alles klar. Und weil ich die Rohre vertikal falsch verlegt habe, genau, das war nämlich der Grund, darum geht es jetzt nicht auf. Darum schließen Sie die jetzt nicht richtig an. Und darum hat es einen Knick. Ja. Na schau, es gibt für alles einen Grund. Ja, aber so kann man das nicht lassen. Es muss alles umgebaut werden. Äh, willst du mich jetzt verarschen? Nein, das ist aber echt der Schönheitsfehler. Ah, Schönheitsfehler? Funktionieren soll der Dreck? Das tut, das schmerzt. Was? Das schützt nicht zu viel an. Ja bitte, baue um, was du willst. 1, 2, 1, 2. Noch je. Ich habe mir gar nichts gesagt, es wird dann alles vorweggenommen. Das kommt sowieso. So, Kupfer läuft. Ich schaue gerade, ob ich da jetzt richtig liege. Wird der Fehler verpilgt oder nicht? Jetzt werden wir gleich feststellen. Du liegst komplett falsch. Du meinst, ich vertraue dir jetzt. Ich sage nichts. Ich bin eins zu weit gehüpft. Schmerz. Was denn? Schmerz, Schmerz. So. Oh, da hat der Gibran Fehler gemacht. Ah, ich? Ist ja gar nichts bewiesen. Doch. Ist schon bewiesen. Das ist gar nicht bewiesen, dass ich das gebaut habe. Bei Lithium? Wer soll das sonst gebaut haben? Das schaut nicht nach meinem Bahn aus. Immer was ich. Nein, das geht nicht. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, ehrlich gesagt. Du glaubst, ehrlich gesagt, ich. Was wolltest du da gesagt? Ja, ich glaube wirklich, dass du das aufbaut. Aber es ist vollkommen klar, weil ich da in dem System von der Rechnung grundsätzlich einen Fehler gehabt habe. Das hat nur so passieren können, quasi. Aber es ist nichts passiert, weil erstens einmal ist nicht viel aufgebaut und man kann es relativ schön ändern. Gerade dabei. Da habe ich ein Glück. So, ich bin wieder im Ziellager, wo ich die Rohre durchführe. Fürs Kupfer. So, ich bin wieder im Ziellager. Genau. Äh, falsch. Sag mal, wann warst du denn das letzte Mal bei unserem grossen Haustier? Wie? Was? Beim ganz grossen Haustier drüben beim... Welcher Haustier? Ah, der Haif meint er aus. Ja, genau. Haustiere sind nette Wesen. Ja, noch ist er ja nett. Ja, wenn es den füttern wird, dann... ...wieder die Blöckchenlandschaft. Ja, ich weiß. Ähm, wie wir es letztes Mal gefahren haben. Okay. Aber das liegt wieder im Sinne rübergeholt. Ja, Kupferbahnen laufen ins Lager. Sehr schön. So, da flutscht es mal. Genau. Ich habe nichts gesagt. Nein, das habe ich geträumt. Es funktioniert. So, das wollte ich eigentlich sagen. Nur in der Tagträume. Genau. Genau. Du hast es erfasst. Die ist frei. So, dann leite ich weiter nach Kupfer und Eisen. Schauen wir mal unten, was Eisen schon hat oder noch gar nichts da ist. Oh, doch, da ist was. Außen sind es zwar auch immer drei, die frei bleiben, aber mit dem äußeren Block, also mit dem harten Block muss man das rechnen. Sonst geht es nicht auf. Oh, okay. Okay. Wenn du jetzt von der Außenmauer weggeräumt hast, da muss man immer aufpassen. Hm. Huch. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020